Oh Mensch! Glückslose? Was ist das? Warte mal. Das ist voll geil. Da kannst du entweder... Das ist voll dumm. Da kannst du Haustiere freischalten. Die kacken dir dann Lumps oder so. Ungelogen so jetzt. Oder du kannst von Origins freischalten. Dann spielst du wohl alte Spiele. Weißt du entweder von Origins oder von dem ganz alten. Ich wollt das nicht. Ach, die Neue Welt? Yeah. Ich hab eine Genialitätsstufe. Fick dich. Ja. Wir möchten leben. Ich bin genialitent, Alter. Ich bin richtig genialitent. Die stehen hier alle rum, Alter. Die huldigen dich. Ich dachte wohl, das ist die rubbellose Rubbel. Nein, ich rube gleich was ganz anderes, Alter. Was? Warum redest du mit mir? Oh, das ist gar nichts. Warum ist er nichts? Das ist so gruselig. Warte los ins Hase! Kann man ihn retten? Dann werde ich gerettet werden. Ich bin tot. I'm dead. Nein, du kriegst es auch noch. Ich hab da Angst. Oh, genau so schlecht. So schlecht. Warte, warte. Scheiße. Oh, jetzt hab ich einen verpasst. Ja, so nett. Merkst du, merkst du. Blaugab links, rechts, rechts. Du machst das schon. Ich hab keinen Bock drauf. Teamwork. Du hast es dir gemerkt, ich hab rausgeführt. Und du hast es mir telepathisch gesagt, weil... Richtig, weil... Das soll ja niemand wissen. Oh, wir haben ins dritten Herz. Schniedel... Schniedelrutsch, Alter. Schön, wie er aber auch wieder bleibt. Hör auf damit! Nope. Ich stirb. Ah! Warte, warte, warte. Warum ist das los? Weil wir jetzt da durchkommen. Ist auch nichts. Das glaubst du. Ich glaube nicht, Alter. Da oben ist das. Ja, schau mal. Ich krieg's nicht. Warum nicht? Ist das so schlecht. Ich hab dich auch... Ah! Bist du so schlecht? Bist du so schlecht? Shit. Kann man da. Ah! Ich bin... Ich bin nicht gestorben, also. Da ist noch ein bisschen Angst, ne? Nein. Das war dein weiblicher Schrei. Jetzt mach doch, mach doch die Dinger hier. Was denn? Ja, geil. Mach doch, Alter. Was ganz, warum ich es nicht gemacht hab. Deswegen. Ich hab das Level schon gespielt, du. Ich war genauso blöd wie du. Weil du es wissen möchtest. Nee. Warte. Warte auf. Kohlköp... Kohlköpfe? Das war knapp, ey. Da waren diese Kohlköpfe. Cool. Wir haben Kohlköpfe? Ja, diese... Da finden sie wieder Kohlköpfe. Hast du das grad gesehen, was ich da... Boah, wir brauchen mehr Kuhglocke! Wie hab ich das gerade gemacht? Ich hab mich so ganz krass gedreht. Was denn? Ich hab mich grad ganz komisch gedreht. Guck in der Aufnahmung. Hab ich keine Zeit für... ...auf ihn zu ärgern. Haben wir alle eigentlich... Ja, uns fehlt... Ah, wir haben einen verpasst, glaube ich. Haben wir? Einen großen. Oder ist der da unten? Wenn ich gleich unten sein. Lass mal nachgucken hier. Oh, fuck. Ja. Ja, ich glaub es ist der hier. Warte. 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 Ich komm nicht runter. Ich geh bitte rein. Ich geh bitte rein. Geh bitte. Geh bitte einfach rein. Was mein ich eigentlich? Schade. Die nur kommt etwas später. Oh. Mehr Zeit zum... Okay. Mehr Zeit zum... Abgehen. Mehr Zeit zum Atmen, Alter. Alter. Wir haben uns zwei. Dabei unterdrückt sie dich so mit ihrer Liebe? Nee. Dass ich nicht atmen kann? Dass du nicht atmen kannst. Das hab ich doch interpretiert. Ja. Das ist einfach schade. Na, geh mal. Achso, ne Pro Köpfe. Das ist das Ziel. Aber wir haben 300. 600 geht's aber, oder? Ja, ja. Wir haben breite 300, haben wir ja. Aber trotzdem haben wir nicht unterdrückt. Halt dein Maul. Ich hab dazu beigetragen. Ich will jetzt rubbeln. Du willst rubbeln? Ja, lass mich nur kurz rubbeln. Es ist doch schlimm, wenn wir die Webcam nicht annehmen. So ist vielleicht besser so, das wird das Video noch gesperrt. Oh ja. Rubbel das Rubbel los. Geht noch nicht, lass es gut. Doch, geht. Nein, geht nicht. Was ist das denn? Warum haben wir jetzt 7 Level freigeschaltet nach 2 Leveln? Bravo, das ist die vierste. Wie er denn jetzt wo ist das? Okay, abgehen. Rubbel los. Sieht man's auf dem... Yeah, rubbel mich, Baby! Oh, ja. Hey, wir haben ein Kuscheltier. Ist das gut? Kein Plan. Wir haben ein Kuscheltier. Es kackt für uns jetzt Lums. Ach so, ach, das ist einer der Tiere. Rubbel, Baby, one more time. Oh, Baby, super, Gums. Hurra! Was muss ich eigentlich rubbeln? Alles? Mach ich das richtig? Ja, ja. Okay, noch ein Rubbel los. Rubbel los! Rubbel sie, du Fotze! Oh, Digga, ist ein bisschen tausend. Jure. Mein Mathe ist der Wahnsinn. Warte. Kann ich bitte hier rein? Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? Was hast du getan? Ich bin zu den Haustellen gegangen. Warum? Ja, geil. Das ist hier ein Faustier, was... Oh, der hat auch wie eine Biene. Wie ein Patzer. Lass das mal nehmen. Was? Wer das lesen wollte? Es hat uns einen Lumpen gekackt. Ein Lumpen. Ach so, Kakti... Ach so. Nein, das war jetzt gemeint. Der Kaktus ist quasi ein Lumpen. Fuck! Ich hab andere Kaktien. Ja, ich auch. Das war... Ich will die mit Helm. Gibt's hier nicht irgendwie einen Standard-Glowbox irgendwie? Wenn wir da mitkommen? Yeah! Standard! Das ist doch viel besser, Alter. Ich bin mit Helm. Ich hab Glowbox. Victor Helm. Ja! Helm ist viel cooler. Du bist gut, Peter. Danke. Danke. Oh, Maul. Lass mal da rein. Will ich auch. Oh Gott, wie schwul er rennt. Na die da? Was ist das jetzt? Buster? Ja. Und danach schaltest du... Es könnte sein, dass das... Das mit Sound ist... Nee, das ist nicht okay. Ich mach das... Du bist dran, Murphy! Yeah! Bocha! Ho up! Ho, 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 ho! Oh Gott! Das ist ein Feuer, man! Flammen! Flammen des Inferno! Oh, ho, ho! Ah, hu, 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 hu! Du Penner! Ich hab keine Zeit, die Luft einzusammeln. Das ist, ich... Ich darf hab' nicht Zeit. Schnell, mach, mach, mach! Ah, hu! Dafür ist noch Zeit! Dafür ist noch Zeit! Ah, fuck! Da ist aber bestimmt noch kein Plan, warte, hier noch was war. Ich hab' da ruhig ein Problem. Gern Türen reingehen, ist ja jetzt schlecht. Ach, Quatsch, passt auf! Ja! Ja! Oh, nein! Ich bringe dich doch wieder auf! Mach hoch! Mach runter! Mach hoch! Mach, ähm... Das geht automatisch. Jetzt nicht, bitte. Das mit dem Computer ist ja lame. Yeah! Das war's! Das war's, Digga! Ja, du hast keinen verpasst. Warst du mit Lums und so? Ah, Lums hab' ich doch eigentlich nicht so viele. Das war ja voll aufregend! Ich hätte es bis zu 200 sein. Ah! Oh! Lass' noch mal machen! Noch mal machen? Ja! Okay, noch mal machen! Jetzt sofort noch mal, oder wollen wir erstmal die alte freischalten? Jetzt! Okay! Tun wir's mal! Ich mach's mal! Ach die! Ach, als Charakter! Ach so! Die Wikinger-Braut! Ja! Juhu! Juhu! Okay! Dam, 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 dam! olduckl was alle vergessen auch da Schiadet Schadetit Ich hab irgendwas gezogen Chijob Russell Du bist ne Knatteren Merk du schon Du willst mich töten Du willst mir sogar sterben sehe na hast du ein Zackklack Zack Quack Ja dein Hintergrund sind Dinger Was bringt das? Looms. Ehrlich jetzt? Das bringt Looms? Oder schwimmen wir auf Backfisch? Scheiße. Okay, okay. Das Ding geht automatisch wieder. Aber wir können uns doch festhalten, oder nicht? Soja, hat genug zu tun. Das tut nicht, liegt mal nicht rum. Fuck! Was los? Was bist du denn jetzt so? Das sind keine 300 Gilden. Echt, ne jetzt? Nein. Ich hatte 118, du hattest 150. Warum bist du so schlecht, Alter? 118, denke ich. Das ist für mich aber trotzdem nicht looms. Drei Looms, Alter. Fuck. Hätte ich mal drei Fliegen zerquetscht, da. Bringen die echt Looms jetzt? Ja, nochmal. Okay, gleich nochmal. Jetzt die Chance. Ob du wirklich richtig stehst. Blieb zu erlassen. Hätte ich den einen da mal nicht vergessen, dann. Ist doch. Das bin echt Looms, Alter. Jetzt werde ich mal. Ja! Lass dir Zeit, Digga. Lass dir Zeit. Ich hab keinen Bock mehr sitzen. Ist gar keinen Bock. Irgendwo durfte ich nicht springen, ne? Weil dann so Dings runterkommen, kann auch sein. Das kommt gleich. Ja? Ich dachte, sie haben Bescheid. Mach Bescheid, ich kann's mir nämlich nicht merken. Jetzt. Okay. Ah fuck. Das war dumm. Nein! Ah fuck. Das wird doch auch eher nix, Alter. Es fehlt einer. Nee doch nicht. Es fehlt ein paar mehr, du. Mathematik. Es fehlt ein paar. Nee! Was denn? Hä? Sequenzen? Hä? Sequenzen möchte ich sagen. Ist doch Checkpoint, glaube ich. Egal. Passt. Passt nicht. Doch, passt. Sind nur 100. Schau ich locker. Werte doch nicht. Zwangsweise. Ohh. Hm. Ich weiß nicht..... Kann man das schaffen? Weiß doch nicht. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Ist das Spiel에게 Redside oder nicht die hier? Nein, ist doch nie. Du hast noch ein bisschen Zeit, ja. Joa, geht doch. Easy. Das war ja voll einfach. Du bist so allererst, ey. First try, ja. Ich dachte, das zusammen ist alles zusammen. Oh man, einer hat gefehlt. Dann wär's der halbe Teufel. Stehst du? 666333. Entschuldigung. Ich kenn dich nicht. Oh, Genialitätstube 2. Wer kennt wen hier nicht? Na, du Hure. Barbara. Wieso? Barbara. Nein, danke. Diese Familie heißt die Barbara. Ich will die nicht. Ich will die nicht. Dann nimmt sie sofort. Ach nee, ach du. Die hatte die schon. Ich hätt die gern. Nee, ich hätt die nicht. Ich hätt die nicht mit Globus. Fett und Blau, passt zu mir. Ich bin blau. Ja. Und fett. Das musstest du jetzt sagen, oder? Du bist halt nicht nur fett, man ist blau. Wieso hast du mich so? Meiner. Scheiße. Keiner. Gut. Werde halt niemanden. Guck mal, die haben eine neue Taktik, Alter. Geh, warte. Ich warte. Ja, nimm. Ich warte. Nein, ich wollte warten. Warte. Was denn jetzt? Warten. Okay. Ey, mach mal. Mit welchem Bildschirm, du Hurensohn? Murphy, mach. Okay. Meinst du? Dürfen wir ja nicht fluchen, weil das ein Kinderspiel ist? Perfekt ist scheiße, ja. Nimm das Ding doch. Warum? Ja, es bringt Punkte. Okay, sehr gut. Schön, dass du was machst. Ich hol mir die scheiß Dings zurück. Ja. Schade. Ärgerlich. Ich weiß nicht, dass du was machst. Äh, was für einen? Gibt's wieder? Meinst du, unten ist irgendwas? Nimm. Wie sieht's so aus, oder? So was ist... Boah, was tust du da? Kannst du bitte noch nicht mehr kitzeln, sodass du wieder runterkommen? Der geht nicht mehr runter. Der kommt jetzt nicht mehr runter. Okay, ja, ist klar. Cool, jetzt. Ich hab ihn hochgelaufen. Yeah. So, Combo-Breaker. Combo-Breaker. Breaker. Yeah. Bin in den Tod gekitzelt. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich bin so toll. Geh weg. Passiert das noch irgendwas? Oh Gott. Kennen sie doch! Da oben. Hab ich gesehen. Geh weg. clockwise planese Эй. Oh Gott. Ich wette da unten ist was. Ich wette da unten ist wasですね. Ich wette auch da unten ist was. Ich turbo … auf … schschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschschsch. Wieder geht noch nicht nach weiter. Äh... Da, da, da. Müsst du sterben jetzt oder nicht? Ja, ich will ja nicht jetzt sterben oder so. Oh, den soll ich vorne rein. Wir haben nichts verpasst. Gut. Abgehen. Töte sie doch! Bring voll viel Lobens, Leiser. Deine Mutter bist... Fuck! Nein! Ich bin da ja! Er ist tot. Ja. Hallo! Hallo! Warum hast du dein Handy da? Weil ich esse kein Handy. Cool, was hab ich damit zu tun? Nein. Achso, ich dachte, du wolltest irgendwas. Ja, möchte ich ja auch. Was denn? Wir wollen Pizza bestellen. Ja, ich auch. Bleib ganz ruhig jetzt. Ich bin sicher hier unten. Thomas! Thomas! Ja, ich nehm... Was nimmst du? Nichts, ich hätte gegessen. Ich hab mega viel gegessen. Ja, du hast mega viel gegessen. Ja, du hast mega viel gegessen. Ja, ich hab China-Zeug gegessen. War super cool. Also einer Pizza gemacht. Ähm... Ich hab so... Du hast doch sonst immer Hunger. Aber heute hast du. Ich hab immer Hunger, ja. Ja, heute wird das Geld. Es ist nicht dein Magen, der jetzt im Stoppen dringt. Es ist doch Geld. Es wird immer Geld. Du hast jetzt genau die... Ich hab...